Jo Leute, was geht? Willkommen zu Raft. Mit dabei die Liebe Jasmin. Und ja, viel Spaß mit den Highlights. Da kommt eine Insel. Oha, das ist eine Rieseninsel. Haben wir einen Anker? Anker, Anker, Anker! Und du wirfst diesmal einen Heilköder weit weg und dann, wenn der Hai dran ist, dann gehst du unter Wasser. Oh meinst, ich habe eine mechanische Schrottenther gesammelt. Na geil. Wir sind gerettet. Wie mache ich das denn mit dem Schilder? Ja, du hältst einfach die linke Maustaste gedrückt und wirst den weit weg. Okay, okay. Oh, hier gibt es Llamas. Ja, ja, die kann man auch fangen, ne? Für aufs Boot. Ja. Schau mal. Was, was? Ja, schau mal, hier guck da. Geil. Das hat uns gefehlt. Oh mein Gott, ich komme nicht klar, wie süß das ist. Ja, klar. Ach, guck mal, wie viel hier reinkommt. Ich liebe es. So geil. Endlich eine Sorge weniger. Wenn du das erstmal hast, dann kannst du dich nämlich um andere Sachen kümmern. Jetzt kann ich mich endlich um anderen Stuff kümmern. Ich mache jetzt alles noch ein bisschen breiter. Oh, ich bin drin. Ich bin langsam drin. Langsam läuft's. Es läuft langsam. Oh mein Gott, das ist so belohnend. Das macht so Spaß. Jetzt macht's reinkommen. Guck mal, wie satisfying das ist. Oh, und ich ertrinke. Äh, verdurste auch mal. Äh, ertrinke. Ne, hab ich vorhin schon mal gesagt. Ja, das Mario Kart Turnier findet ja am 22. statt, Leute. Und dann in Teams. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das kann ganz witzig werden. Ey, wieso ist nichts auf dem Grill? Ja, weil ich gerade trinken musste, damit ich nicht verdurste. Na gut. Es ist genehm. Akzeptiert. So, ich baue dir jetzt hier nochmal noch mehr von dieser Anbaufläche, weil das richtig gut ist für Holz. Okay. Ich glaube, die sind wichtig. Oder sollen wir erst einen großen Grill haben? Aber mit Essen, wir haben so viel Essen. Ja. Wieso sind denn hier jetzt schon zwei so Enten? Ich habe gerade eine gehangelt. Ah, ich merke schon, das gefällt dir richtig gut. Ähm, hier muss ein Palmsamen rein, bitte. Hä? Schon wieder? Ja, ich habe hier einen zweiten hingebaut. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Wie viele Palmsamen hast du? Ich habe noch neun. Dann hier, mach noch einen. Ja. Oh, wir sind da schon. Hast du ja schon einen Anker gelichtet? Nein. Anker gebrauchen, meine ich. Nein. Mir waren gerade die Palmen weder wichtiger. Oh, ich glaube, hier gibt es ein Tier. Hast du einen Speer? Ja. Dann gehen wir gleich zusammen auf den Gegner und speren ihn weg. Aha. Alter, hier ist ein Haus und mit so einer Antenne. Ist das schon Story hier? Ach so, nee, da kannst du Sachen verkaufen. Und kaufen. Weißt du. Hä? Hä, das Spiel läuft Musik. Yeah. Zähl. Einfache Angeköder. Kunststoff. Chili. Fukuma. Schrott. Rezepte. Lufthorn. Garderobe. Kompass. Brauchen wir nicht, wa? Ja, wir können es eh nicht kaufen, von daher ist es eh irrelevant, aber... Ja, okay, dann komme ich mal zu dir. Oh, was bist du? Ich bin auch am Schiff. Oh, Dodo. Ein bisschen Schrott. Oh, shit, hier unten sind Kisten. Oh, shit, hier unten sind Kisten. Und go. Der Hai ist schon wieder frei, das kannst du keinem erzählen. Ich habe nichts, ich habe nichts hingekriegt. Nein, ich habe schon ein bisschen was gesammelt. Oh, ich bin zu nichts gekommen. Kannst du noch einen Köder machen? Ja, der gibt explosives Pulver, was wir brauchen, um Alpakas zu sammeln. Ah, hier ist ein... Oben wäre ein... Ein Schweinchen. Oh. Soll ich kommen? Äh, nee. Ich muss erstmal meine Sachen und so ablegen. Wir haben auch keinen Pfeil und Bogen und so. Also, wir sind noch nicht gekippt für sowas. Vor allem der Geier, der macht so viel Schaden. Hast du zufällig noch Palmwedel? Liegt hier bei deinen drei Pinguin-Dingern. Das... Hast du echt lang gebraucht, bis du das gemerkt hast. Drei schon. Das sind Enten. Keine Pinguine. Hast du schon mal gelbe Pinguine gesehen? Enten. Hast du überhaupt schon unsere zweite Winkelkatze gesehen? Irgendwann haben wir im Floß komplett voll mit Enten und Katzen. Ja! Das ist doch toll. Boah, guck mal. Guck mal in den Dings rein. Alter. Krass. Einfach mal einen ganzen Wels da rein. Boah, der wird schon richtig knusprig. Walter Solou versteht nichts von Inneneinrichtungen. Ja, ist echt so. Ey. Boah, die sind so süß. Oh Gott. Mein Schwindchen. Okay, ich würde mich ja jetzt hier für heute verabschieden. Was? Das geht nicht. Doch, das geht nicht. Brauch dich. Das ist gerade, wo ich so drin bin. Ja. Ja, fantastisch. Hübsch. Finde ich auch. Und die Enten? Was machst du mit den Enten? Das weiß ich noch nicht. Mit den Pinguinen hier? Da sind keine Pinguine. Das haben die eigentlich da auf dem Rücken. Ich glaube, ja. Das muss... Tja, ich kann es nicht sagen. Wir haben hier einen Rucksack. Ich stehe ich denn zum Essen? Ja, vielleicht. So. Irre. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Irre ist es. Berlia bringt es auf den Punkt. Irre. Ach komm, ey. Können wir alle mal. Du bist das gar nicht zu schätzen. Wenn du Inseln siehst, dann sag Insel in Sicht. Ich habe keine Samen mehr, Schiff. Du musst welche haben. Ja. Gut, gut, gut. Nicht schlecht. Kannst du mir bei Zeiten gleich noch eine zweite Flasche machen? Wir haben keine Ressourcen dafür. Im Vollbauch haben wir. Doch haben wir. Ja, bei Zeiten. Muss ja nicht jetzt sein. Irgendwann. Die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit. Hier. Oh, thank you. Toll. Das heißt, ich kann... Scheiß Möwe. Wie war denn hier jetzt deine Ordnung? Ach so, Planken nach oben. Ähm. Ähm, ja. Also ich habe... Heute wird es... Heute wird es schwierig. Ich sage es dir. So wie es ist. Heute... Hör mir bitte für jede Ressource eine Kiste. Aber das wäre so toll. Ja, ja. Also ich muss das Boot machen und ich muss das Lagersystem machen. Das wird heute... ...ne schwierige Angelegenheit. Ich bin gespannt. Ich mache einfach alles wie immer. Ach guck mal. Ich kann ja sogar mehrere Sachen braten, ne? Drei Sachen passen auf die Ressource. Was tust du? Was habe ich erwischt da? Spiegeln. Boah, sieht das nice aus. Gibt es hier so eine Kamera-Funktion oder so? Ähm. Also du kannst dich selber sehen mit... Komma. Ach Mist, das... Ah doch, ich habe es. Ich habe es. Oh, ich bin so gut. Jetzt haben wir ja. Habe ich den Sonnenaufgang verpasst? Naja. Oh nein. Ich habe 90 Holz. Ach du meine Güte. Die haben so viel Holz. Wenn du irgendwas mit Holz machen kannst, mach es. Tu es. Ich aus Holz? Was machen? Ja. Also ich kann einen ganzen Wels essen und ich bin noch nicht satt. Krass. Das ist wirklich so... Hm. Ein Fernglas, lol. Was brauche ich denn für einen Speer? Aber es sieht schick aus, ja. Kein Dach über dem Kopf, aber zwei Katzen, die sich zuwinken. Ja, das... Man muss auch Prioritäten setzen. Sie kocht, Lu isst. Ja. So ist es. Mir gefällt nicht, wohin das hier so geht. Die Richtung. Gefällt mir nicht. Können ja auch wechseln. Moin Fuchs. Moin Fuchs. Nein, alles gut. Ich fühle mich wohl. Ich bin so ein Gewohnheitstier und das ist wenigstens was, was ich kann. Und weißt du, dann bist du derjenige, wo ich dann halt sagen kann, nee, hast du scheiße gemacht. Ja, so. Wenn mir das Boot nicht gefällt, weißt du? Mhm. Ist auch gut. So denke ich ja. Insel! Lattet sich. Sehr gut. Gut aufgepasst. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt.